Leute in einer Kneipe in Bray sprachen über ein Video, das mit Meghan Markle auf einer Website zu tun hat, deren Name mit einem Q beginnt. Eine Person namens 2A Sanchez schrieb am Montag von einer Reise nach Bray in der Nähe von Windsor. Sie sagte, dass sie in eine Kneipe gegangen sei, in der alle über ein bestimmtes Thema sprachen. Dieses Thema war ein Video, das vor Jahren gemacht wurde, ein Film von zarter Natur, in dem Meghan eine Hauptrolle spielte. Laut dem Bericht war der Film recht aufschlussreich. Es war ziemlich das heiße Thema in Bray. Der Kerl, der viele solcher zarte Videos mit Prominenten veröffentlichte, sagte, er habe ein solches Video bekommen und bestätigt, dass es Meghan ist. Zu der Zeit, als er es erhielt, war sie bereits mit Harry zusammen, also hat er nichts unternommen. Meghan wurde hinter den Kulissen gefilmt, und sie versucht jetzt, zu verhindern, dass ihr intimes Filmmaterial auftaucht. Dann könnte sie in Bray über die Zensur des Internets sprechen, weshalb Perry am ersten Institute beteiligt war. Ich verurteile niemanden, der erotische Aufnahmen macht oder gemacht hat. Es ärgert mich nur, dass Meghan jetzt so ein Aufhebens darum macht, nicht objektiviert werden zu wollen. Mit ihrer Aufgeschlossenheit wundern sich viele Menschen in sozialen Medien über das Wort Vergangenheit. Würde es sie nicht wundern, Kim Kardashian mit Mama Jado und einem Ehebruchstab, das auf eine Jad gedreht wurde, nachzuahmen. Diese Herzogin hat ihr ganzes Leben lang jemand anderen nachgeahmt, keine Originalität. Also könnte es durchaus wahr sein. Enthüllte Fotos und Augenzeugenberichte sind aufgetaucht, die scheinbar langjährige Gerüchte unterstützen, dass Meghan Makele, die Herzogin von Sussex, in ihren präroyalen Tagen als Jadgirl gearbeitet hat. Die angeblichen Beweise konzentrieren sich auf eine Serie von Bildern, die in St. Barth, einer Karibikinsel mit luxuriösem Lebensstil und prominenter Kundschaft, aufgenommen wurden. Dies kommt, nachdem berichtet wurde, dass Meghan Makele sich über Prinz Harry wegen ihrer Marke ärgert. Ihr Wutanfall folgt auf den Rückgang der Beliebtheit des Herzogs von Sussex aufgrund seiner aufschlussreichen Mimwaren. Ihre Agentur sagte, dass Prinz Harry Meghan Makele's Marke beschädigt hat. Meghan hat sich darauf konzentriert, ihre Marke wieder aufzubauen, nachdem sie und Harry 2020 aus der königlichen Familie ausgetreten sind. Die Quelle äußerte Bedenken, dass Meghans fortwährendes Schweigen über ihr Projekt es schwieriger machen wird, eine einzigartige Marke zu schaffen. Er überlegte, warum sie das getan hat. Liegt es daran, dass sie Harry ein wenig mehr Raum geben wollte, der dieses Jahr so viel von seiner Brust nehmen musste in seinen Interviews über seine Familie? Als Person wollte sie vielleicht einen klaren Unterschied zwischen dem Schaffen, was er zu sagen hatte, und dem, was sie als nächstes tun wird. Sie wollte ihre Marke nicht beschädigen. Aber diese Frage führte zu einer anderen, die genau definiert, wie Meghans Marke definiert werden soll. Was ist jedoch ihre Marke, und wird diese Marken noch da sein? Sie ist nichts ohne Harry.